Streck die Beine nach unten aus, du bringst mehr Aktivität in das Fundament, hebst den Brustkorb etwas höher. Streck im Einatmen die Arme nach oben. Und schon wieder ist hier jede Menge Spielraum für eine individuelle Ausrichtung. Manche bringen die Hände zueinander, andere haben die Arme eher parallel neben den Ohren. Eine andere Variante kann es sein, die Arme eher so ein bisschen v-förmig zu öffnen. Schau einfach, wie sich deine Schultern anfühlen. Und wenn sich dadurch deine Schultern eng und eingeschränkt anfühlen, probiere eine andere Variante aus. Du atmest nochmal ein, streckst dich richtig lang nach oben. Ausatmen, Uttanasana, die Vorbeuge, setzt die Hände ab. Einatmen, verlängere den Rücken. Ausatmen, es geht ein bisschen tiefer. Einatmen, der rechte Fuß nach hinten. Im Ausatmen links dazu für den individuellen Hund. Einatmen, du fließt nach vorne in das Brett. Im Ausatmen dein Weg zum Boden. Einatmen, eine Kobra oder ein heraufschauender Hund. Ausatmen, wieder Down Dog und der Rücken ist lang. Heb im Einatmen das rechte Bein. Zieh im Ausatmen das rechte Knie ran. Stell den Fuß nach vorne. Finde im Einatmen Länge im Rücken. Streck im Ausatmen das rechte Bein. Streck im Ausatmen. Streck dipped in dedi.